Servus Freunde, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, diese kleine Hexe hat heute Geburtstag. Auf jeden Fall, Freunde, habe ich für sie so ein Auto gekauft. Sie checkt sowieso nicht, was das ist, aber egal. Sie kann sich da drauf sitzen, dann fährt das so hin und her und keine Ahnung, alles mögliche. Ich muss aber jetzt das Ganze aufbauen, Freunde, und ich kann das gar nicht. Tür ist zu. Wer ist da? Meine Schwester, komm ran und schließt die Tür ab. Paffee? Riech einen Schluck? Ah nein, der ist schwarz, du trinkst den schwarz. John, willst du den Red Bull? So, jetzt wird aufgebaut. An dieser Stelle, Emil, vielen Dank für den Effekt, Mann. Ja, die Kohlensäure ist noch da. Halt mal. So, Leute, jetzt müssen wir das Ganze hier aufbauen. Und pass das jetzt mal aufbauen. Sehr gut. Ey Freunde, das sieht übelst kompliziert aus. Wo ist das Große? Äh, wo ist das Große? Was ist vorne hier? Was ist das hier? Da ist es da oben. Da fühlt er so an. So, das kommt hier. Nein. 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 Du wirst mich verraschen doch, das ist doch da früh. Ja, und das hier, das, das hier kommt doch erstmal hier irgendwo hin. Warte. Der Arzt kommt dann da rein, wieder drauf geschraubt. Hä, und wo kommt das hier hin? Und die kommen hier hin. Ja, okay, das ist so. Okay, und das hier? Und das hier? Ist das nicht? Warte, weißt du, ich weiß nicht. Ja, das ist vorne das. Nein, das ist vorne. Bist du sicher? Das ist vorderlich. Dann machst du hier, glaube ich. Warte, hier das. Das kommt hier. Das kommt vorne. Das kommt vorne. Ja, jetzt. Ah, ich hab diese Schraube rein. Hier, ich hab diese Schraube. Warte, 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 warte. Ah, warte mal. So, das hier kommt jetzt. Ja, Mann. Nein, nein, warte. Guck, das hier kommt so hier hin. So, dann kommt das hier. Ja, Mann. Das kommt dann da rein. Und das kommt. Das da kommt dann. Andersrum, andersrum, andersrum. Guck mal, das Loch hier muss größer gemacht werden. Nee, ich muss mich verraschen. Das hier. Ey, das ist so kompliziert, ne? Kani, jetzt mal hier. Du lau, was hier? Kompliziert. Warte, warte. Warte, hab ich die Schraube nicht gemacht. Hab ich denn dafür gemacht? Ja, die ganze Schraube, Junge. Ja, aber das Loch muss erstmal größer gemacht werden. Ja, die Schraube ist hier. Nein, nein, damit das hier durchgeht. Dass das da durchgeht. Das kommt nicht dadurch. Doch, damit ich das anschließen kann. Ruf mal Schia. Warte, hier ist auch noch was. Ja, das ist von hinten. Das kommt hinten später. Das ist später. Warte, wir müssen erstmal vorne das machen. Ja, also warte, wir geben dir das hier jetzt mal. Erst mal Vorderrad fixieren. Hier so. Hä, ist vorne nur ein Reifen? Beide Reifen, willst du mich verraschen? Es gibt nur ein Reifen. Ach ja, das ist ja nur ein. Hier, kommt doch da rein. Mach mal dieses Ding rein. Mach hoch. Mach mal diese Gummi rein. Ach so, ja. Ey, wir kommen langsam voran. Ja, ist der Stand? Ja, ja. Das. Doch, ja, ja. Ja, hab ich. Boah, du Junge. Du musst das ein bisschen so machen. Damit das auch rollt. Nein, das muss nicht so rollen, ja? Natürlich, sonst fährt das doch nicht. Dann bist du nicht, Rihanna, ob du dich eh bekommst. Das passt da gar nicht durch. Das ist nicht du. Ich weiß nicht, wer hier ist. Nein. Das hier kommt da hin. Und das kommt da hin. Das alles nicht geht, Wunder. Nein. Komm, schau. Du bleibst nicht. Ja. Wo? Nein. So geht's. Warte, das ist überhaupt richtig rum. Warte. Warte. Ist das nicht so? Nein. Nein, so geht's gar nicht. Nein, nein. Ah, weiter, ah. Ja, warte. Nein. Und das ist... Warte, das ist auch gut. Nein, das ist... Oder runter. Oder runter. Ey, das ist so anstrengend, ne? Warum bekomme ich nicht so was zum Geburtstag, Bruna? Nein, wenn du wieder Eis bist, dann kriegst du... Wuh! Warte mal, was ist das hier jetzt? Ach ja, das ist von vor... Ich weiß, das kommt nach vorne oder... Oder das kommt... Nein, nein, das kommt vorne hin. Guck, so. Ja, na, keine Bräder. Alter, bin ich gut, ey. Guck mal, das kommt hier am Rechenrand. Äh... Mh... 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 Aaaaaaah! Mh... 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 So, Leute, ähm... Ich überlege gerade, wie es jetzt hier weitergehen soll. Mh... 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 Ey, irgendwie ist das richtig dumm. Oder frag nicht, wieso, frag nicht, wieso. Äh... Wie hast du das hier gemacht, Bruna? Was war das? Ja, da geht's so. Das, die, wie hast du die reingemacht davon? Die? Die hab ich reingemacht, aber ich wusste nicht, weil das war einfach, hab ich so reingemacht. Ach so. Nein, nein. Aber die gehen woanders. Ja. Ja. Ach... Was? Was ist das hier für? Ja. Ja, wenn wir das festmachen können. Wo ist das andere? Oh, ich hab da hier. Hier. Leute, das ist so eine Art Imbus, oder wie man das nennt, ja? Das ist so eine Art Imbus, oder wie man das nennt, ja? Nein, nein. Doch. Wie kannst du das denn fest zu machen? Ja, am Samstag haben wir Weihnachtsfeier. Kommst du mit? Wie? Lele, Ferien. Wie ist das denn? China. Egal, wie heißt das? Ach, äh... Dieses China-Dingste. Was, warum? Wo auf dem Weg noch Güterfluss? Fehlen, nein. Das ist äh... Haus, wann? Wie ist das denn? 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 Willst du eine Person mitnehmen? Ja. Ich bin dabei. Wann, wann, wann? Samstag. Nächste Woche Samstag. Oh, da bin ich weg. In Berlin. Fußballturnier! Das hab ich jetzt befestigt, Freunde. Wuh! Boah, was für geile Fäden, ey. Ja, aber das... Scheiß Loch da ist viel zu klein. Wann, da hast du noch solche Frotti? Nee, das... Muss ich auch rein. So, das ist auch feinlich. Ja, das ist gut. Oh, wie ist das denn? Nee, ciao, ey. Oh, das musst du richtig reindrücken. Du musst mir das zuschrauben. Aber ich schraube rein. Du musst mich das schrauben, wenn ich meine Brücke kippe. Ja, Mann. Boah, Freunde, das ist voll die schwere Geburt, ey. No joke. Nummer 1 ist schon mal drin. Jetzt kommen wir zu Nummer 2. Ich bin Nummer 1. Ich bin Nummer 2. Wir kommen mit Hunderten von Jugos. Verbrennend im Dorf. Wuh! Yeah! Ja! Ja, das ist... Warte, lass mal lockern. Lass mal lockern, lass mal... Hier! Wer ist da? Was? Was? Töckige. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Ja, wer ist es? Ja, warte. Wer ist da? Wer ist da? Niemals! Kommst du in mein Zimmer. Wer ist da? 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 Ich hab für mich gekauft, weil ich keinen Führerschein habe. Aber normalerweise... Ich muss da eine Schraube geben. Hier sind noch zwei Stücke. Nein, das ist für woanders. Darunter festmachen. Nein, das geht so fest. Das ist für mich. Ach, glaube ich aber nicht, aber es wird das. Oh, Leute! Was ist eine Geburt! Das wird die Scheiße sind. Wee, du nimmst auf! Wee, du nimmst auf! Wee, du nimmst auf! Wenn du mich nicht rausscheißt, bringe ich dich auf. Wee, wee, wee! Baus hier mal, ey! Freunde, meine Schwester hat dieses komische Ding da falsch rum reingeschraubt. Jetzt müssen wir das wieder aufmachen und das Ganze andersrum wieder rein. Aber an sich sind wir eigentlich fast fertig, ja. Hallo! Hallo! Hallo, Geburtstag-Kind! Hallo, hallo! Oh, Prinzessin! Das ist alles deins! Ey, Leute, sie hat ein schöneres Geburtstag, als ich jemals hatte. Du hast ein schöneres Geburtstag, Leute! Hallo! Hallo! Mein Gott! Oh, ja, ja! Oh, ja, ja! Mua! Pox! Yeah! So, jetzt gehen wir mal wieder hoch und gucken, wie weit meine Sister ist. Leute, das Motorrad ist fertig! Yo, Leute, wir werden jetzt das Ganze aufladen und sehen uns gleich wieder, gell? Yes! Peace! Ciao! Hey, hier hinter mir ist Licht! Hahaha! So sieht's aus! Hey, du Zicke! Ja, Freunde, die Geschenke werden später aufgemacht, weil die ganzen Kinder sich da unten wahrscheinlich schlagen, weil jeder was haben möchte. Und das Motorrad muss halt leider noch warten, erstens muss es noch aufgeladen werden und zweitens, wenn wir das jetzt rausholen, die ganzen Kinder schlagen sich da unten kaputt, jeder möchte fahren, dann heulen die alle, weil das eine Kind fährt, dann möchte das andere fahren, dann schlagen die sich da unten. Deswegen hat's gar keinen Sinn, das jetzt rauszuholen. Und deswegen geht das erst später und vor allem halt, weil es noch aufgeladen werden muss. Und Leute, ich hoffe, dass es wieder hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder. Macht's gut, Freunde! Haut rein und ciao und tschüss! Bis zum nächsten Mal!